Hi Leute! Ich wollte euch nur mal kurz zeigen. Ich habe nämlich gerade meinen Rucksack gepackt. Besser gesagt, wie ihr seht hier. Also das ist mein Rucksack jetzt für zweieinhalb Monate Sridanka. Und wollte euch einfach mal zeigen, was ich so gepackt habe. Und zwar einmal, hier unten sind zwei Badehosen. Dann ist ein dünnes Tuch für den Strand. Dann zwei kurze Stoffhosen und eine kurze bisschen dickere Hose. Und dann drei Tanktops. Und zwei dünne T-Shirts. Ein Hemd. Und dann habe ich noch genau das schwerste, was ich dabei habe. Mein Laptop. Hier. Und die Kamera, mit der ich gerade filme. Kamera und Laptop. Genau. Das ist so das schwerste. Laptop kommt noch hier hinten rein in den Rucksack. Und genau. Aber das war so, was ich dabei habe. Und dann habe ich halt noch ein Buch. Und eine Tasche. Geldbeutel. Reisepass. Flugticket. Das hier ziehe ich an. Einen Zipper. Und ein Hemd. Für den Flughafen, damit es noch wärmer ist. Genau. Aber das war's. Ja. Das ist mein Minimalismus-Reisegepäck. Ja. Und ansonsten. Macht's gut, Leute. Ciao. 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 Ciao.